Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der S&P500 konnte in der vergangenen Woche die drei-wöchige Verlustserie beenden. Erst ist der 2 ins Minus gerutscht, konnte sich dann aber von den Verlusten erholen und am Ende gab es sogar ein Plus von 2%. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Den Risiko in Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir in den Vollbildmodus und wir schauen uns die Lage mal beim S&P500 etwas genauer an. Und zwar die Gewinne gegenüber dem Tief der Vorwoche beliefen sich sogar auf über 3%. Und im Tageschart haben die Bullen auf eine wichtige Zone, nämlich eine Demandzone reagiert. Das ist die Range der letzten bärischen Kerze vor einem stärkeren Anstieg. Und hier ist eben auch ein Ungleichgewicht entstanden. Das heißt, der Markt ist sehr stark gestiegen. Und das bedeutet, dass der Markt zu einem späteren Zeitpunkt dort wieder zurückkehrt. Im Januar ist dieses Ungleichgewicht entstanden. Jetzt zu Beginn des Monats März wird diese Lücke wieder geschlossen. Und da gab es jetzt zwei Fehlausbrüche auf der Unterseite. Das ist das Tief von vor zwei Wochen bei 3947 Punkten. Es gab einen ersten Fehlausbruch am Mittwoch, einen zweiten am Donnerstag. Und die Bewegung am Donnerstag bot dann eine gute Vorlage, um am Freitag weiter durchzustarten. Und vor allem das Hoch bei 4024 Punkten zu durchbrechen. Das ist die bärische Struktur gewesen im Tageschart. Und jetzt gab es hier einen Richtungswechsel. Wir gehen mal runter in die kleineren Zeitanheiten. Vielleicht im 30-Minuten-Chart. Und da gucken wir uns nochmal an, wie der Markt reagiert hat. Er taucht also in diese Zone ein. Es gab einen Hinweis auf einen Richtungswechsel, weil lokale Widerstände durchbrochen wurden. Der Markt nimmt nochmal einen Rücksetzer und zieht dann durch. Hier haben wir nochmal das vorhin markierte Tief. Da gab es auch eine Rückkehr, dann ein Retest. Und dann startet der Markt durch. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Wir gehen nochmal in den Wochenchart. Und zwar Variante 1. Die Erholung der Vorwoche geht weiter und der Index nähert sich dem Jahreshoch an. Variante 2. Die Verkäufer werden jetzt am Tief bei 4.056 Punkten wieder aktiv. Starker Rückgang. Und das wäre also der nächste lokale Widerstand. Der wird auch gerade respektiert. Und von da aus könnte der Markt also wieder fallen. Beziehungsweise gibt es jetzt zwei Untervarianten. Wenn der Markt fallen sollte, dann gibt es einen wichtigen Unterstützungsbereich ab 3.995 Punkten. Das heißt, der Markt könnte korrigieren und von da aus wieder durchstarten. Oder der Markt schwächelt. Und ja, aus der Korrektur gibt es wieder den Richtungswechsel. Und die Tiefs der Vorwoche werden getestet und dann durchbrochen. Was ist jetzt am wahrscheinlichsten? Wir gehen auch hier nochmal in den 30 Minuten Chart. Letztes Hoch, letztes Tief. Wir haben also eine bullische Struktur. Ziemlich viele Reaktionen auf die vorhin markierten Bereiche. Und momentan scheinen sich die Bären durchzusetzen. Das reicht natürlich noch nicht aus, um den Aufwärtstrend zu wenden. Also die Reaktion hier unten ist entscheidend, um einen Ausverkauf auszulösen. Oder der Markt dreht, kann diese Bereiche überwinden. Und dann sollte man sich auf die Reaktion dort konzentrieren. Denn oberhalb dieses Bereichs hier oben könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Und das wäre dann der Startschuss für eine weitere Erholung. Lasst gerne einen Daumen da. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.